Vor 10 Millionen Jahren, im Weltzeitalter des Neogens, waren wir noch ein gemeinsames Volk. Doch heute stehen wir auf verschiedenen Seiten. Wir nennen dich Gorilla Gorilla Divi und uns Homo Sapiens. Damals waren wir die Hominiden. Die Welt war noch brütend warm. Wir hatten gemeinsam die Dinosaurier überlebt. Unsere Sinne waren schärfer als die von anderen. 500 ähnliche Gene belegen das. Heute sind wir 6 Milliarden und du hast nur noch 250. Hör mir zu Gorilla. Sie werden kommen und dir deinen Wald wegnehmen. Ich weiß, du bist weit gewandert, um dich hier oben zu verstecken. Doch auch hier herrscht jetzt ein Krieg zwischen unseren Völkern. Und wir, die wir auf deiner Seite sind, sind sehr, sehr wenige. Aber wir laufen jetzt los. Denn du bist einer von uns. Uns unterscheiden weniger als 2%. Wir sind Gorilla. Wir sind Gorilla. Wir sind. Wir sind, das ist ein paar Uhr. Wir sind, was wir haben. Wir sind, das ist ein paar Uhr. Vielen Dank.